Zunächst muss man festhalten, dass Lehmbruck eigentlich konstant auf einem bestimmten Frauentyp gearbeitet hat. Es gibt kleine Varianten. Er beginnt, trifft Anita, seine Frau, Anita Kaufmann, die heiratete er 1908 und sie wird dann eigentlich sein Modell. Und aus ihr entwickelte er eine übergelenkte Figur, eine sehr expressive, überexpressive Figur und versucht daraus eine gewisse Abstraktion zu erreichen. Er beginnt dann, aus diesen Skulpturen andere zu entwickeln. Er fragmentiert die Skulpturen. Er hat eine gewisse Idee, auch eine Mehransichtigkeit zu haben, die eben nicht in einer gleichen Form ist, sondern die gerade bei der großen Knienden eben sich sozusagen, wo er sich eben drehen kann, wo verschiedene Schauseiten sind. Er nimmt sie auseinander, wenn sie so wollen und schneidet zum Beispiel an der Schulter, deswegen die Büste, er schneidet, macht den Torso daraus und so entwickelt er aus einer Figur, die er immer fertig hat, ganz verschiedene Teilfiguren. Und der Gips ist dann eigentlich die Urform, wenn man so will. Und daraus kann man dann entweder die Terrakotta machen, man kann dann weiter in den Steinguss gehen oder eben in die Bronze. Die Terrakotta hat etwas sehr Feines, hat eine sehr feine Oberfläche. Man kann die Terrakotta natürlich auch noch ein bisschen färben, wenn man möchte, aber sie ist eine sehr feine, sensible Oberfläche. Vorbild, keine Frage, ist Anita, seine Frau, die er sehr liebt. Das ist so eine ganz verhaltene, sehr sanfte Form, die er in diesem Kopf hat. Diese Haartracht, ja, die wird man von Anfang an finden. Das ist das, was seine Frau eben tragen sollte, hinten mit so einer kleinen Spange und so eine kleine, wie soll ich sagen, das läuft so langsam aus, ein bisschen wellig. Und so sind seine ganzen Figuren eigentlich wie so Madonnen. Die sind eigentlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, in sich ruhend und sie haben eine merkwürdige Ausstrahlung, die so für sich geschlossen ist. Sie ist über Flechtheim, vermute ich 1920, zu Hugo Simon gekommen, einem Berliner Sammler. Er erwirbt also 1920. Sie stammt wahrscheinlich aus dem Nachlass, sie war schon mal ausgestellt in der Freien Sezession 1919, wird dann gezeigt bei Kassirer. Flechtheim hat sich darum bemüht, darf sie dann nochmal zeigen mit einem nicht sehr umfangreichen, aber sehr schönen kleinen Schau und er verkauft sie an Simon. Ein Label steht ja in dieser, kann man hier unten reinschauen, wunderbar. Das ist eine wunderbare Provenienz.